So, servus liebe Leute, da bin ich auch schon wieder zurück, euer Ultimate Gaming LP. Wir spielen immer noch Helix, dieses total verrückte Horror-Game, Indie-Horror-Game. Wir befinden uns jetzt in irgendeinem, keine Ahnung was das sein soll hier. Alles voller Vorhänge. Das ist echt alles so ein bisschen... Wir haben auch keine Taschenlampe mehr, keine Utensilien mehr. Keine Utensilien mehr. Ich hab echt keine Ahnung. Hier geht's auch nicht weiter. Ich höre auf jeden Fall irgendwelche Autos, wo rumfahren. Wo ich jetzt hier hin muss, ich höre schon keine Ahnung. Das scheint mir so eine Art Labyrinth zu sein, oder? Was ist das? Okay. Eine Schachfigur, oder was? Oh, Tate's night. Play the game. Hm. Alles verschlossen. Geht's hier lang? Okay, das scheint mir so ein... Und jetzt sind wir doch wieder woanders. Nee. Nee, das scheint nur ein Rundgang zu sein. Okay. Mal gucken, dass wir doch da lang. Wie es aussieht. Nach unten. Ich muss noch das Gas abstellen. Da ist eine Notiz. Oh, Junge. Das ist das, wo sie mich nehmen. Bitte, helft mir. Find mich. Geht einfach um die Ecke und knallt mich ab. So geht das nicht auch. Keine Ahnung, aber wenn muss ich ja hier raus? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist denn Toos? Jetzt geht's auf. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Ich sehe überhaupt nichts. Take your clothes. wir haben ja so ganze taschen haben wir noch okay dann haben wir ja gar nichts verloren man kann anscheinend nicht speichern wie es aussieht hier ist schon so ein raum mit dem das ist alles sehr creepy mann oh mann die batterien haben wir zum glück gelock das ist schon so ein raum mit dem 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 das ist schon so das ist schon so ein raum mit dem 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 Ich bin in der Kabinette in Doc's office. Good Irish Whisky. Burned the throat and reminded me of Doblin. I get irritated. Doc never asked me to play chess. Just the new blood. Even gave him a gold watch and told me to leave him alone. You can't find me. You can't find me. You can't find me. You can't find me. Come find me. Soll ich mir das Rad versuchen um zu laufen zu bringen vermutlich Jetzt einfach mal Aber die Frage ist wie Soll ich mir die Frage Das war's für mich. Das ist die Frage wo ich hin muss Das ist auch nichts Das ist auch nichts So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020